Ich begrüße euch recht herzlich zu den Zugriff zu Digimon-Story. Sei mir Sleuth. Ich hatte ja noch einen Fall angenommen. In der Zwoge-Pigmon-Kowloon-Ebene-4 soll ich suchen. Genau. Sprung. Kowloon-Ebene-4. Wie weit darf ich da eigentlich? Ja, das ist mir das Weg. So, viel besser. Stimmt. Ich muss ja hier rüber. Hey, Moment. Wieso habe ich das selten vergessen? Ich muss ja hier rüber. Oh, Specter Dog. Einmal mit sowit! Deine Erlöse Die Erlöse 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 Wer Erlöse 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 Und steig doch noch mal auf die andere Seite rüber. Habe ich dich denn beim ersten Durchlauch vergessen? Habe ich wirklich so wenig hierhin nachgeguckt? Anscheinend. Dann haben wir es halt jetzt nachgeholt. So haben wir ihn mit seinen Vorschlägen? Aber dieser ist in den Verzuhl. Na, 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 na. Ich liebe es, wenn sie teleportieren. Wo sie theoretisch Platz hier drauf hätten. Wo bist du? Ich bin ein Knochen. Ich habe es nicht mehr zu tun. Ich bin ein Knochen. Ich bin ein Knochen. Garoumon bekommt mir zu wenig, es wäre Garoumon nicht. Es ist ja so schön, gut, die Hände in den Schuss legen, aber lange halte ich das nicht durch. Es ist endlich etwas clever, wenn ich wie ein Mensch sein will, brauche ich einen Job. Es sagt sich leicht, die Sache ist komplizierter als du denkst, mein böses Gesicht ist schon selbst, wenn ich auf der Straße generiere, laufen die Kinder vor mir weg. Die Erwachsenen denken immer, ich bin ein Mensch und sie nirgeln, dass ich für so seltsame Schmelke zu eigen bin. Naja, aber das soll ja ein Pantomien mal sagen. So weit zum Beispiel, kannst du mir bitte helfen irgendwo einen Job zu finden? Gibt es nicht verschiedene Orte und irgendwo Leute nur tratschen? Vielleicht kannst du... Und jetzt habe ich bestimmt irgendwo einen Mannschaftsbereich nachgeworfen oder was. Arbeit in Eden. So, jetzt habe ich es für ins E-Netzwerk. Okay, nein, ich kann mich wirklich schneller vorzubewegen. Oh, ich glaube noch auf, muss ich verzichten. Muss ich eigentlich später hier durchlaufen? Ich denke im Mannschaftsbereich, öffnen Raum. Wir gucken mal danach. Ich weiß nicht, wir sind immer noch am Streiten. Oh, sind wir Menschen sind beängstig? Nein, sind wir nicht. Okay, manche. Gehen wir nochmal in den offenen Raum. Oh. Hey du, ja du. Tut mir leid, so direkt zu sein. Weil, hast du irgendwelche besonderen Talente? Du wirkst wie jemand, der stolz auf seinen... Äh... Ich habe einen Hacker-Digemann. Kannst du dich mal reinsetzen? Dann bist du wohl ein Hacker. Momentan suche ich nur nach jemandem, der gelenkt ihn ist. Das ist schon alles. Tut mir leid, ich hätte dir das früher sagen sollen. Ich bin ein Zirkusdirektor. Unser Zirkus ist allerdings sehr klein und völlig unbekannt. Aber hier ist unser Traum, einen landesweiten öffentlichen Auftritt zu haben. Deshalb veranstalten wir den eben großen öffentlichen Schuss. Die Mitglieder der Truppe sind sehr eifrig. Aber leider sind ihre Zirkus-Künste ziemlich ließ. Im Zuge mit jemanden, der anderen in der Truppe trainieren und fördern kann. Aber, was? Du kennst die Perfekter-Digemann mit guter Feinmotorik. Das joinieren kann und auch ein zertifizierter Klausen. Dieses Digimon. Das greift doch mit jemanden an, oder? Gut, dann werden wir ihn auch nicht angreifen. Wir sind ein Zirkuskoppel, der in Ehren tätig ist. Deshalb sollten die Digimon genau wie die anderen Mitglieder der Truppe hier arbeiten können. Also gut, abgemacht. Kannst du uns bitte herkommen? Kannst du uns bitten, hierher zu kommen? Dann können wir persönlich ein Gespräch führen. Bitte richtet den Digimon uns auf. Natürlich. Und jetzt darf ich dir shoppen. War ja so klar. осьig! onegarten Sp infertä氣 Sp infertäue Harginal supervisor Handling Sp quiz Sp mens Bis jetzt bin ich aber gut durchgekommen. Bingo, das ist perfekt für mich. Vorher werde ich wohl nicht viel verdienen, aber auch wenn der Zirkus jetzt unbekannt ist, brauche ich dafür, dass er einstags gewünscht hat. Danke, dass du meinen guten Job gefunden hast. Ich gehe gleich hin und zeige Ihnen. Ich bin froh, dir den Auftrag gegeben hat. Ich habe immer noch Angst. Hast du für mich Tipps zu menschlichen Einschränkungsgesprächen, bevor ich den direkt umtreffe? Hilf mir und es lohnt sich für dich. Ich werde bloß so... Keine Sorgen, brauchst nicht mehr nervös zu werden. Ach komm, du schaust das schon aus. Wirklich? Glaubst du, dass selbst ein Digimon wie ich einen Job kriegen könnte, wenn ich dich gut präsentiere? Aber du weißt, du hast recht. Ich bin jetzt etwas selbstsicherer. Danke dafür. Wenn das so ist, kannst du mir zeigen, wie man einen Einschränkungsgespräch bestätigt. Ich weiß, das kommt etwas plötzlich. Erstens beim Gespräch, wenn ich die Begrüße um mich vorstelle. Was sollte ich als gute Kandidat sagen? Natürlich muss ich der andere Person in die Augen schauen. Das ist richtig, okay. Wie leid ist das Gespräch? Stell dir mich vor. Oh, jetzt darf ich nicht mal den Gesprächspart übernehmen. Das war nicht gut. Beim Regen konnte ich nicht hineinschauen. Beim richtigen Gespräch muss ich mich natürlich verfallen. Okay, machen wir weiter. Wahrscheinlich wird während des Gesprächs mein König getestet. Wirklich? Ich habe Vertrauen in mein Zirkusstandard. Aber welche sollte ich Ihnen präsentieren? Hm. Hm, schon wird immer. Aber womit könnte ich die Zirkusrichter am meisten beeindrucken? Wie sieht das denn aus, wenn er sagt, zeig mal, was du drauf hast? Und ich sage dann, klar, ich tschuldige etwas. Ach, es ist schon so spät. Ich muss los. Nice. Wenn ich jemals einen großen Auftritt habe, werde ich dafür sorgen, dass du ein Ticket bekommst. Du musst unbedingt kommen. Auf geht's. Toll, und jetzt muss ich zurück. Okay, jetzt kommen wir weiter. Okay, jetzt kommen wir weiter. Okay, jetzt kommen wir weiter. Miri, ich muss noch mal bei dir vorbeischauen. Ich möchte gerne wissen, was sie... Nein, ich verstehe nicht. Ich muss noch ein Level von 15 erreichen, wenn ich angehoben habe. Ich muss noch ein Level von 15 erreichen, wenn ich angehoben habe. Was ist das Level bis zu überhaupt? 47. Fähigkeiten plus 20, ich muss die Fähigkeiten erhöhen. Fähigkeit muss ich auch erhöhen, 50, naja da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, Kameradschaft 50, naja, das ist nur eine Kameradschaft, weißt du, dann ist das kein Problem. Nein, das ist nicht so gut. Nein, das ist nicht so gut. Dann bin ich auf. Jetzt brauchen Sie alle. Der könnte mir vielleicht noch nützlich sein. Und auslöp. Gibt es da bitte die Tiefe? Zum Moment habe ich nichts los. Was? Du glaubst, ich folle sie wie eine normale Katze? Was? Du musst wissen, dass es wichtig ist, das so verzweifelt zu halten. Ob es eine Rolle spielt? Natürlich. So fühlen sich unsere Klienten wie daheim, wenn sie sich setzen. Setz dich. Dir fallen gleich die Augen zu. Nein danke, brauche ich nicht. Da will ich nochmal hin. Dann läuft uns die Zeit davon. Vielleicht solltest du dich in deinem täglichen Job kommen. Dann machen wir noch mal selber Dinge zu. Wir reden, da sagst du mir viel zu oft. So, die Kerschel. Die brauche ich nicht. So, das ist richtig. Die sind schon. Wie war das denn? Oh, ich habe das doch mal gemacht. Ich hätte sogar noch zwei Plätze frei. Ich habe 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 noch zwei Plätze frei funky. Ich habe noch drei Plätze frei. Du kannst zupełnie selbst regulierpaar maiden Te모 RaS를 playthroughen. Ich habe noch zwei Plätzen frei. Ich hab noch eine Verteilung. Nimm mich mit, danke. Aber ich sehe auch nichts, was mir jetzt weiterhilft. Und Mireille hilft mir auch nicht wirklich weiter. Was mache ich denn da? Merkwürden! Ich finde es aber schon blöd, dass Mireille mir nicht hilft. Ich soll meinem Job nachgehen. Aber das gehe ich ja! Ich weiß bloß nicht, wo ich jetzt als nächstes hin soll. Hehehehe! Sobald ich es denn mal herausgefunden habe. Sobald ich hier nicht runterkomme. Pete! Du bist aber auch keine große Hilfe. ich habe ich auch gerade sind jetzt frei ob ich da eigentlich weiter runter komme weiß glaube ich ja zumindest komme ich erstmal hierher hallo fei hat uns gesagt dass du in letzter zeit recht beschäftigt bist fast leer fuh ich könnte was versuch'n jetzt sind wir noch da aber ich komme mir nicht mehr okay 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 ich bin ja schon weg schil mal deine base jungen Okay, dann weiß ich erstmal nicht, wo lang. Aber das krieg ich schon raus, zumindest in der nächsten Folge. Okay, ne Leute, dann will ich aber erstmal sagen, war es das? Ich werde mal versuchen rauszufinden, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Ich kann mich daran erinnern, beim ersten Mal durchspielen, dass ich da auch nicht wusste, wohin es gehen soll. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, auch gerne einen netten Kommentar, würde mich riesig darüber freuen. Ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, gerne ein Abo auf den Kanal da lassen. Tut nicht weg, kostet natürlich auch nichts. Vergesst dabei aber natürlich nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Jetzt kommt ihr noch zu einem weiteren Video und rechts ist wie ihr bei Lieblings zu Digimon-Stories. Servus! Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, beziehungsweise wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ciao!